Hallo liebe Sammlerfreunde, heute eine Ohrenspange aus dem 2. Weltkrieg. Wir haben dort an der Spange diese Deuten-Medaille von rechts angesehen, dann Dienstauszeichnung für 4 Jahre, Dienstauszeichnung für 12 Jahre, jeweils Luftwaffe, dann das Frontkämpferkreuz vom 1. Weltkrieg und das EK2 1. Weltkrieg mit Wiederholungsadler von 39 für das EK2 39. Ja, ihr seht, eine sehr schöne Spange. Die Deuten-Medaille ist in Bronze, was so ein bisschen was Selteneres ist. Und, ja, die schöne Luftwaffenadler als Aufgabe. Gut, wir werden jetzt noch ein bisschen schöne Bilder machen. Und das soll es eigentlich auch dann schon, äh, von meiner Seite her sprechermäßig sein. Jetzt kommen die Bilder noch, wir haben dort... Und, ja, die schöne Luftwaffenadler sind in der Mitte. die Spange auch noch von hinten ich denke mal das war es jetzt schon mal wieder bis zum nächsten mal ein paar bilder kommen noch und tschüss